Heyo, da bin ich. Okay, aufs Neue versuche ich es Kopfgeld zu erfahren. Vielleicht sollte ich mich woanders hinbegeben. Das sieht doch gut aus hier. Ähm, nein. Also anhalten sehe ich schon mal gar nicht so. Oh, komm schon. Oh Gott, sind das voll Idiote. Nein. Ey, ist das nicht die Härte? Jetzt muss ich ihm schon hinterher fahren. Alter, sag mal, will er abhauen? Wollte sagen, jetzt ist er nicht echt in den Speedburger reingehachelt, oder? Hallo, du fährst auch voll in die Entgegengesetzte Richtung. Sag mal. Boah, ey. Leute, geht ja gar nicht. Gut, also kann ich meinen ursprünglichen Plan weiterzuholen. Ach, haltet fort. Seid ihr jetzt echt so blöd? Ja, geil, schon die erste Straßensperre. Ich glaube es nicht. Da. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Ja. Schön. Habt gleich eine. Das ist ja geil. Okay. Brauche ich ja nur noch 20 Straßensperren. Wir haben ihn gesichtet. Ich bin in einer Minute da. Versuch das mal. Ach, guck mal, da ist wieder einer. Aha. Reingefallen. Ja, ja. Glaubt das mal. Erzählt mir ein vom Pferd. Mir ist das Rad total egal. So, also über sieben Minuten. Das kriege ich ja rein. So, ich gehe so gleich in den Dreierbereich. Da ist er. Oh Gott, jetzt kommen die SUVs wieder. Die ich echt nicht mag. Wiederhole, Stufe 3. Die finde ich beschissen als den Heli. Oh, nee, Junge. Sichtkontakt verloren, stand bei. Habe Sichtkontakt. Geh auf Code 3. Wir sind gerade frontal mit dem Code 6 zusammengestoßen. Nur geringe Schäden. Na. Er hat gewendet. Nein, ich fahre den üblichen Weg. Den vorherigen. Den ich auch gefahren bin. Ich habe nur umgedreht, weil ihr ja wieder zu doof zum fahren wollt. Und da sind sie. Achtung, setzen seinen Wagen aus der Gefecht. Das glaube ich noch nicht. Er blockiert euch, ich komme nicht vorbei. Hahaha. Hätte ich das gut hingekriegt? Ja, ne? Finde ich auch. Und da ist wieder eine Straßensperre. Der ich allerdings vorbeifahre. Korrekt. Gut. Alter, ich fahre schon extra langsam. Mann, ich bockele mit 180 rum. Ich fahre sonst 100 kmh mehr teilweise. Ah, guck mal. Da ist ja eine Straßensperre. Da. Zu viel gesammelt nebenbei. Nein. Doch. War weit genug rüber. Gut. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Ja. Ja. Hier ist Charlie 15. An alle Verfolge einladen. Ja, das hat mich wohl getan. Wir haben vor eurem Verdächtigen eine Straßensperre errichtet. Lass ihn ruhig kommen. Wer hat ja mal mehr hier? Wo war die denn? Tja. Nicht bei mir. Rann vorbei. Rann vorbei. Kommst du bitte her? Für das Polizeiauto. So, komm. Noch mal ein paar Autos, die ich rammen kann, damit sie kaputt gehen. Bitte. Gib mir ein paar Autos zum Kaputtmachen. Das wäre ja gut. Er ist durch die Straßensperre gefahren. So. Der richtige Fahrzeug identifiziert. Wer hat mir da nur eine Schranke hinstellt? Cool, noch einmal. Noch eine. Die Straßensperre hat nichts gebracht. Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. 10.45. Mal sehen, ob ich deinen Wagen stoppen kann. Ja, geil. Ich habe das Holz umgeschmissen. Hat leider nichts gebracht. Doch einen. Einen bin ich los dadurch. Bravo. Oh, jetzt fahre ich mal was anderes, denkst du. Yeah, noch eine Straßensperre. Links, rechts, da ist mein Zielpunkt. Verdächtiges Fahrzeug ist trotz Sperre durchgebrochen. So, kommen auch noch ein paar mit. Ja. Ich will wieder eine Straßensperre. Oh, guck mal, da kann ich ein paar Leute ausschalten hier. Yeah. Gut erwischt. Scheiße. Das waren nicht zu viele. Oh, nein. Oh, gut. Wir haben ihn entdeckt. Nehmen Verfolgung auf. Der Kerl wird immer langsamer. Nein, ich werde gerade schneller. Schon mal drauf geguckt? Ah, gut. Ich dachte schon, ich müsste den ganzen Scheiß nochmal fahren. Weil ich auch noch nichts der Dinge geschafft habe hier. An alle Einsatzkräfte, wir gehen auf Alarmstufe 4. Wiederhole, Alarmstufe 4. Helilein. Und Nagelbrettchen eventuell. Da ist Helilein. Wir haben nichts gebracht. Der Kerl ist einfach dran vorbeigefahren. Ja. Das war der Plan. Gut erkannt. Versuche mich vor diesen Typen zu setzen und ihn auszubremsen. Zentrale 1033. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht. Verfolgungsdauer habe ich schon mal. Sehr gut. Nur eine Sache von Legas. Ach, und ein Nagelbrett war da scheinbar auch irgendwo bei. Hier oben ist mein Heli. Ich gehe mir irgendwann zum Glück, der Sprit ausgeht. Habe ich ja schon mitgekriegt. So, schön hinten durch. Ja, geil. Zehn Autos habe ich auch. Gut. Das heißt, ich brauche noch fünf normale Straßensperren. Und drei Nagelbrettchen. Ich hoffe, dich dann sehe rechtzeitig. Ach, guck mal. Ich fahre über den Golfplatz. Der Dächtige ist abgewogen und auf den Golfplatz gefahren. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Hey, ich bin doch noch gefahren. Ihr seid scheiß Schweine. Dreck-Säcke. Ihr könnt mich mal... Verdächtiger ist verhaftet. Arschlöcher. Mann ey, scheiße. Leckt mich doch am Arsch, ey. Kacke. Muss ich die ganze Scheiße nochmal fahren. Boah, wie mich das aufregt. Ich glaube, das Einzige, was ich davon behalte, ist das Kopfgeld. Das mir natürlich total auf den Sender geht. Muss ich nochmal die Straßensperren fahren. Ah. Sack. Nen, komm jetzt mal hinterher. In Ordnung, kommen. Hallo, ich stehe genau vor deiner Nase. Oh. Ich hätte mich mal umlaktieren sollen. Ich habe weiterhin Verfolgerstufe 4. Das wäre natürlich eine doofe Idee. Er hat gerade ein Zivilfahrzeug gerammt. Scheinen okay zu sein. Setze Verfolgung fest. Kümmert euch nicht um euren Wagen. Bleibt auf der Straße. Äh, bildet eine 10-59 und haltet euch für Zugriff bereit. Ja. Mist. Charly 2. Verfolgung 5. 10-23. Na toll. Das wäre eine doofe Idee. Bleibt auf der folgenden Stufe 4 zu bleiben. Er hat auch einen Vorteil. Ich kriege die Sachen schneller, ne? Aber ich habe auch gleich so viel hinter mir, ne? Okay, also die Straßensperre hält die nicht auf. Probieren wir es nochmal. Der Skala ist vorbeigeherrt. Nein. Den habe ich nicht gesehen. Verzeichen 10-65. Ich habe die Straßensperre gar nicht gesehen. Witzig, nicht, dass ich immer noch fahren konnte. Erbitte Situationsmeldung. Eigentlich bleibt man sofort stehen und passiert gar nichts mehr. Verdächtiger ist verhaftet. Alle Einheiten im Tempo reduzieren. Das war jetzt ziemlich blöde. Okay, ich fahre mit einem anderen Auto. So, das ist kein Zweck. Ja, ne, das bezeichnet Geld. Dafür verschwende ich kein Symbol. So, nochmal. Aber mit dem hier. Ist mir denn doch ein bisschen lieber. Hier habe ich für Folgenstufe 2. Das ist okay. Auf hier zu Anfang ist er hart. Ja. Ist mir jetzt bald egal. Ich muss nochmal fahren. Das hat ja jetzt voll was gebraucht. Boah, Gott. Wie mir die Bullen auf den Sack gehen. Aber vielleicht kommt hier noch einer. Ich habe mich noch nicht mehr versteckt. Ich fahre hier noch ganz leger durch die Gegend. Hey, da ist ein Bulle. Ja, da ist ein Bulle. Ja, da ist ein Bulle. Ach ja. Wie sehr mir die Polizei auf den Sack geht bei diesem Spiel. Ach ja. Nein. Nein. Ich denke nicht. Guckt mal, der wollte mich wohl rum. Der eine. Hat er aber nicht geschafft. Hat er aber nicht geschafft. Gut. Legen wir los. Zentrale schickt alles, was ihr habt. Der Karl geht uns langsam auf die Nerven. Nee, geht mir auf die Nerven. Das ist was ganz anderes. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Habe Sichtkontakt verloren. Versuche ihn wiederzufinden. An alle Verfolgereinheiten. Die Straße haben wir gesperrt. Treibt ihn ruhig in unsere Richtung. Ey, wo wird ja wohl wieder einer kommen, oder? Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet. In Fahrtrichtung Osten. Auf dem Kreuz. Da ist sie. Die Straßensperre. Traumig verfolgen. Aber keiner hinter mir. Ach doch, da kommt einer. 333. Ja, ich komme gleich wieder. Du bist ja ein Vollidiot. Ja, egal. Mann, dann dreht er um. Boah, ey. Bruselfaktor, ey. Mann, ist das schrecklich heute. Klar, frontal drauf. Ist immer schlecht. Ja. 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 Er hat alle ausgeschaltet. Hier ist keine Einheit mehr. Autodichtiger AC 42 mit LKW. Glaub, das war's. Na, ich stehe ja noch. 3 Delta 10. Nähern uns mit mehreren Einheiten aus dem Sicherrichtung. Passt nur auf, dass er euch nicht abratzt. 1036. Der Dächtiger hat meinen Wagen gestreift. Ich habe ihn gerammt. Ich habe das Fahrzeug identifiziert. Äh, wir haben ihn. Ja, ihr fahrt, aber heute auch echt langsam, Leute. Einheiten auf dem Weg zur Co-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet. In südlichen... Ja, da kommt wieder einer. Auf der Abfahrt... Ja, geil, wie der fliegt, ey. Entschuldigung. Ja, total. Ich gebe auf und ziehe mich zurück. Krass. Entschuldigung. Ich bin manchmal echt makaber. Es tut mir leid, aber... Nein, es tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich bin wirklich makaber. Ich weiß ja, dass es nur ein Spiel ist, nicht im Echten, ey. Ich kenne den Unterschied. An alle Verfolgereinheiten, hier ist Bravo 28. Es kommt noch einen, der zu Weihinkommt. Ich lasse euch weiterfliegen. Uh, LKW. Kommt, Leute. Bewegt euch mal hierher. Ihr wisst doch, wo ich langs war. Kommt schon. Da kommt die Straßenschwerre. Yo. Bingo. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge. Noch so ein Staatsbehördenauto gerammt. Ja. Komm, ich will noch einen. Gib mir mehr. Ich will mehr. Fiese lachen kann ich auch, oder? Okay. Ist bei Frauen nicht ganz so geil. Männer können das besser. Ach ja, ich fahre mal in längs. Nicht immer dasselbe hier. Ist für euch bestimmt auch langweilig, wenn wir mal auf so rumdrucke. Boah, scheiße. Juhu. Yeah, fliegen. Ah, okay. Bravo 31. Bin direkt hinter dir. 10.23. Ein zum Rammen. Ja. Sehr gut. Gleich platt gemacht hier. Ach so, ein. Komm. Nee, ich will euch killen. Äh, Rammen. Meinen sind die leicht auszuschalten, die Staatsbehördenautos. Ja, das sind 7.73. Hoffentlich hat jemand Nägel dabei. 10.4. Ihrer 22. Bitte einfach einhalten. Für 10.760. Euer Fahrer nähert sich dem Nägelband. Nee. Wir wären dann soweit. Umfahr ich gezähnt. Ach guck mal, der Heli ist schon wieder abgebogen. Wo ist der denn? Hab ich den abgelenkt? Ich denke nicht. Scheiße, das war gegen mich. Nein, ich will da runter. Ich komme nicht in Position. Mit wann fahren die hinterher? Verdächtiges Fahrzeug ist gerade gesprungen. Ich glaube, dabei hat er seinen Wagen beschädigt. Nee, hab ich nicht. Das wüsste ich. Wenn ihr soweit seid, auf mein Zeichen 10.65. Oh. Ja. Ich dachte schon wieder, jetzt ist so nicht geschehen. Da ist das, Jowie. Oh, ich wollte doch weg. Ja, ich fahre weiter. Natürlich fahre ich weiter. Solange es geht, mache ich das auch. Oh, oh. Hier ist eine Straßensperre. Den kann ich den umfahren. Die waren ja auch geil. Ach guck mal, da ist es auch eine Bushaltestelle. Okay. Okay, gar nicht so falsch. Ja. Na, da kommt der Nächste. Nee, doch nicht. Doch. Nein! Der Kerl fährt auf den Felsen weiter. Hier rückt es vor. Ihr habt gesehen, dass ich nach außen wollte. Oh. Scheiße. Alle Einheiten abbremsen. Code 4 verhaftet. Verdächtiger wurde festgenommen. Heute ist nicht mehr Tag mit Verfolgungsdakten. Ich glaube, ich lasse es erst mal sein. Ja, das bezahle ich wohl auch mit Geld. Oh Mann. Scheiße. Ja. Ähm. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020